Alex kommuniziert im Berufsalltag häufig mittels Schriftverkehr. Auch die Dokumentation erfolgt in geschriebener Form. Derart wurden schon viele Dokumente verfasst. Nun steht Alex vor der Situation, dass einige KlientInnen, darunter zwei mit starker visueller Einschränkung, eine Information in Briefform übermittelt werden soll. Der Brief soll für alle Personen gleich sein. Alex weiß aber nicht, wie das funktionieren kann, da ihr eben nicht alle Personen gleich gut oder gar nicht sehen können. Wie ist es also möglich, ein einziges Schreiben zu verfassen, das für alle gleich gut zugänglich ist? In so einer Situation muss ein barrierefreies digitales Dokument erstellt werden. Dieses bietet viele Vorteile für Menschen mit Behinderungen im Vergleich zur Papierform. Tatsächlich kann man ein Papierformular, das man in der Hand hält, nicht ohne Hilfsmittel vergrößern oder sich vorlesen lassen. Bei digitalen Dokumenten ist das möglich. Screenreader ermöglichen es Menschen mit Sehbehinderungen, sich Dokumente vorlesen zu lassen. Ein barrierefrei gestaltetes Dokument wird somit durch den Gebrauch von Software für blinde und sehbehinderte Menschen zugänglich. Aber auch für andere Menschen kann das digitale Dokument von Vorteil sein. Bei langen Dokumenten kann es schwer fallen, sich zurechtzufinden oder darin zu blättern. Hier erleichtern zusätzlich Suchfunktionen das Auffinden von bestimmten Stellen in digitalen Dokumenten. Alex möchte nun das Schreiben so gestalten, dass es für die gesamte Gruppe gut zugänglich ist. Was braucht es dazu und was muss berücksichtigt werden? Alex stellt sich das sehr kompliziert vor. Wichtig zu wissen ist, dass Barrierefreiheit bei Dokumenten von Anfang an mitgedacht werden muss. Technisch genauso wie im Design, also unter anderem bei der Farb- und Schriftwahl. Werden Dokumente in verschiedenen Formaten angeboten oder in anderen Formaten erstellt und dann weiterverarbeitet, muss die Barrierefreiheit in dem gesamten Prozess berücksichtigt werden. Um barrierefreie Inhalte zu erstellen, ist zuerst einmal die Struktur des Textes entscheidend. So gliedert sich ein Artikel normalerweise in verschiedene Abschnitte wie Überschrift, Einleitung oder Fließtext. Zusätzlich gibt es noch spezielle Formatierungen wie Aufzählungszeichen. Wenn man zur Erstellung des Dokuments ein Textverarbeitungsprogramm wie beispielsweise Microsoft Word verwendet, ist es äußerst wichtig, dass solche Strukturelemente mit den dafür vorgesehenen Formatierungswerkzeugen erstellt werden. Nur so können auch NutzerInnen die assistiven Technologien wie Screenreader verwenden, die Struktur so wahrnehmen wie alle anderen auch. Es reicht nicht, die Elemente mit rein visuellen Mitteln wie Veränderung der Schriftgröße oder fettgedruckter Schrift zu gestalten. Die Wahl der Schriftart ist normalerweise weniger kritisch als der Farbkontrast, die Schriftgröße oder der Zeilenabstand. Die Lieblingsschriftarten der NutzerInnen sind meist individuell verschieden und oft nicht nur von der Art der Sehbehinderung abhängig, sondern einfach eine persönliche Gewohnheit. Neue und ungewohnte Schriftarten werden oft als schwerer zu lesen empfunden. Früher wurden serifenlose Schriftarten wie zum Beispiel Areal als für sehbehinderte Menschen leichter zu lesen betrachtet als solche mit Serifen, zum Beispiel Times New Roman. Allerdings konnte das nicht ausreichend durch wissenschaftliche Studien belegt werden. Ebenso entscheidend sind Zeilenabstand, Zeilenlänge und Breite für die Lesbarkeit von Texten. Für barrierefreie Texte werden Zeilenlängen von höchstens 80 Zeichen empfohlen. Hier hilft es, Sätze kurz und prägnant zu formulieren. Darüber hinaus lässt sich ein gut strukturiertes Word-Dokument später wesentlich einfacher in ein barrierefreies PDF-Dokument verwandeln. Es lohnt sich also, hier im Vorfeld einzuplanen, was alles berücksichtigt werden muss. In vielen Dokumenten werden Bilder verwendet. Diese sind oft essentiell wichtig für das Verstehen der gesamten Information, die übermittelt wird. Diese Bilder können aber von Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit nicht oder nicht ausreichend wahrgenommen werden. Welche Lösung gibt es dafür? Für viele Menschen machen Bilder einen Text leichter verständlich. Zudem fördern sie die Lesbarkeit und verschönern das Design. Für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit müssen Bilder daher alternativ im Textformat beschrieben werden, also einen sogenannten Alternativtext, kurz Alttext, enthalten. Der Alttext sollte die Bedeutung des Bildes, also Inhalt und Funktion, wiedergeben. Alternativtexte sollen detailliert, aber kurz gehalten sein. Viele Bildschirmleseprogramme beenden das Vorlesen dieses Textes nach 125 Zeichen. Wichtig zu wissen ist, dass alle Bilder einen Alttext haben müssen. Ein dekoratives Bild oder eines, das nur Layoutzwecken dient und keinerlei Informationen vermittelt, sollte daher ein leeres Altattribut enthalten. In der Gruppe, für die Alex das Schreiben verfassen muss, sind auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Sie können Texte oft nicht alleine verstehen. Was soll Alex hier beachten, damit die Information wirklich für alle gleich zugänglich ist? Hierbei ist es wichtig, Texte klar und einfach verständlich zu formulieren. Durch die Nutzung leicht verständlicher Sprache können die meisten Menschen verstehen, warum es darin geht. Damit eine Botschaft klar verständlich ist, ist es oft am besten, wenn man mit dem Wichtigsten beginnt und von da aus weiter in die Tiefe geht. Auf diese Weise erlangen die meisten NutzerInnen zumindest einen kleinen Anteil an relevanten Informationen. Wer mehr wissen möchte, wird ohnehin weiterlesen. Dies bedeutet nicht, dass entscheidende Teile des Inhalts entfallen sollten, sondern nur, dass die Inhalte aufbauend und nacheinander vermittelt werden sollten. Ein schrittweiser Ansatz ist hier am erfolgreichsten. Alex möchte jetzt sicherstellen, dass das Dokument auch wirklich barrierefrei verfasst wurde. Wie kann überprüft werden, ob das tatsächlich gelungen ist? Und wo kann Alex herausfinden, was noch geändert werden muss? Manche Programme, wie beispielsweise Microsoft Word, bieten eine integrierte Barrierefreiheitsprüfung an. Die Barrierefreiheitsprüfung ist ein Tool, das Inhalte überprüft und Barrierefreiheitsprobleme kennzeichnet. Sie erläutert, warum etwas ein potenzielles Problem für Menschen mit einer Behinderung sein kann. Die Barrierefreiheitsprüfung schlägt auch vor, wie man die angezeigten Probleme beheben kann. In Microsoft Word wird die Barrierefreiheitsprüfung automatisch im Hintergrund aufgeführt, während man ein Dokument erstellt. Wenn dabei Barrierefreiheitsprobleme erkannt werden, erhält man automatisch eine Erinnerung in der Statusleiste. Um Dokumente wirklich barrierefrei zu gestalten, ist es aber wichtig, möglichst eng mit der Zielgruppe zusammenzuarbeiten. Standards, Richtlinien und Gesetze sind eine gute Basis für barrierefreie Dokumente. Sie können aber nur eine Grundlage liefern, um minimale Anforderungen zu erfüllen. Wenn man sicherstellen möchte, dass das Dokument für möglichst alle NutzerInnen verwendbar ist, müssen sich die Menschen, für die es gedacht ist, am Entwicklungsprozess beteiligen. Alex findet all diese Informationen sehr wichtig und möchte künftig in der Organisation dafür Sorge tragen, dass Dokumente barrierefrei erstellt werden. Da kommt in Alex plötzlich die Frage auf, ob es eigentlich eine gesetzliche Vorgabe zur Barrierefreiheit von Informationen speziell im öffentlichen Raum gibt. Wer muss sich hier daran halten? Gesetzliche Vorgaben und wer sich daran halten muss, ist in der UN-Behindertenrechtskonvention, kurz UN-BRK, in Artikel 9 klar und deutlich geregelt. Entsprechend der UN-BRK sind alle 177 Vertragsstaaten verpflichtet, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen mit Behinderungen selbstbestimmte Teilhabe an allen modernen Informations- und Kommunikationstechnologie sowie an elektronisch bereitgestellten Informationen zu ermöglichen. Behörden müssen daher Dokumente wie Bescheide, Vordrucke und amtliche Informationen so bereitstellen, dass diese von Menschen mit Einschränkungen selbstständig wahrnehmbar sind. Fassen wir alles noch einmal kurz zusammen. Im Fall von Alex' Problem braucht es barrierefreie Dokumente. Hier gibt es klare Vorgaben und Richtlinien, die dabei helfen. Wichtig ist es, das von Anfang an bei der Erstellung der Dokumentenstruktur zu berücksichtigen. Auch Bilder müssen mit Alternativtexten hinterlegt werden. Zusätzlich sollten Informationen in einfacher Sprache verfasst werden. Behördliche Informationen müssen laut UN-BRK Artikel 9 immer barrierefrei bereitgestellt werden. Dazu haben sich alle Mitgliedstaaten verpflichtet.